Spätestens seit der Corona-Krise wissen wir, dass diese Welt im Umbruch ist. Nichts ist so, wie es früher mal war. Inflation, Rezession sowie die weltweite Instabilität sorgen aktuell gerade für Angst und Unsicherheit. Menschen haben ihre Sichtweisen geändert, sie haben ihre Prioritäten geändert und sie haben entschieden, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Sie wissen, dass es einen anderen Weg geben muss, als ein Leben lang für die Interessen anderer zu arbeiten, um sich eines Tages sagen zu lassen, dass sie nicht mehr gebraucht werden. Seit Dezember 2020 haben wir ein System entwickelt und wenden diesen nun seit über zwei Jahren sehr erfolgreich an. Mehr als 50.000 Menschen haben sich bereits entschieden, dieses Businessmodell für sich umzusetzen. Es gibt ihnen wirklich den anderen Weg. Wir sind der Sandstripe und das ist unser Plan A. Wir sind mit einer Dä altar. Ehhh.